Waffen zu liefern, die hilfreich sind und großartig sind. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das werden wir auch weiter tun. Und die Erfolge, die die ukrainische Armee erzielt hat, bisher zeigen ja, dass das besonders effektvolle Waffen sind, die wir geliefert haben. Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrwaffen, viel Munition, all das, was dazu gehört. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020